Einen wunderschönen guten Mal, hallo und herzlich willkommen zurück zu Rekstin, 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 Rekstin. Tschüss ihr habt Startzeit, wir zocken heute auf Coastline im Ranked-Modus zusammen mit Maa, Schlechter, Hallöchen. Erstmal Schlechter, ich bin MaaBossa, ein wunderschöner Kona, meine Tadas. Äh, oah ja, hm. Hm, eigentlich hätte ich jetzt Asami gezockt, aber sie ist schon weg. Munchachos, je mehr ich jetzt gerade Rainbow Six zocke, nachdem ich schon die ganzen Infos für einen neuen Season habe, habe ich richtig Bock auf ein neues Season. Oh yeah. Wie sieht es bei euch aus? Zweiter Frühling. Ich habe gerade schon gedacht, ey, wenn ich jetzt Thunderbox zocke könnte mit den neuen Änderungen, wäre schon richtig sexy. Aber leider nein, ihm geht noch nicht. Wir schauen mal, wo ich hingehen muss, Digga, irgendwie ist meine DPI ziemlich crazy. Will ich eine Rotation haben oder will ich eine Reinforcen haben? Reinforcen oder Rotation? Reinforcen? Reinforcen? Ähm, muchachos, was ist eure Favourite Änderung, eure Favourite Neuerung von der nächsten Season? Ich kann mich gar nicht dafür entscheiden, ob ich irgendwie so die, den Shield Nerf nehmen soll oder eher so diese ganzen Matchmaking Änderungen und so. So Leute, fette Black Friday Aktion. Bei jedem Shitkauf könnt ihr ein Selfie mit mir machen, nur solange ich Bock habe. Nächste Phase, okay, let's go. Lass dich nicht verarschen, denn die besten Black Friday Angebote gibt es nur bei Triebwerk. Vom 15.11. bis zum 29.11. bekommt ihr bei Triebwerk satte 51% Rabatt auf Aimboost, Mindboost und Shorts. Falls ihr noch eine Empfehlung braucht, mein Highlight ist auf jeden Fall Blue Grenade, Tropical, Kaktusfeige und Himbeer Vanille. Digga, 51% Rabatt, das ist ja schon kriminell günstig. Nicht so kriminell teuer wie mein Standtier. Ich kann dir noch sagen, was davon ich geiler finde. LOL! Nein! Good job, man! Wie das? Good shit, William. Die Sunrise, Digga. Wie random, Digga. Wie random. Hinter mir auf jeden Fall. Shield. Mega Drosser. Ist unten Action? Ja, leider ist der Bandit bei mir. Ist ja sonst immer mein Ort. Aber ist da auch was? Nee, 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 nee. Nicht bei mir. Geh lieber Blue oder Office. Ist da unten Action? Ja, also der Bandit ist hier. Oh. Oh. Oh, ich hör irgendwie ein Pistol, aber Blended Pistol. Blended Pistol. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Der letzte ist glaube ich hier oben an der Schauer. Übermissend Steps. Steps above me. Digga, das war ja eine Ender, so äh. Das ist genau über mir. Ich hab ein Shield zerstört. Talon? Talon Shield? Du hast ein Talon Shield. Oh. Defusor ist hier. Ah. Alter. Ich bin die ganze Runde über die Map rotiert, hab nicht einen Schwanz gesehen. Ja gut, musst du so Pro-mäßig sein wie ich, ne? Hast du einen Schwanz gesehen? Nein. Ich hab nur Außer gesehen. Schade. So, die Frage ist jetzt, ähm, drohen noch ein Counterspotter, Digga? Drohnen noch ein Counterspotter. Geht man da heutzutage noch hin? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich, ne? Wer hat das da ausgesucht, ne? Einen hier hin. Ich wurde gescannt. MC Jackson. Und jetzt muss ich leider nach oben gehen. Ähm. Hier hin. Auf die Drohne! Drei Drohnen haben wir schon. Drei Drohnen haben wir schon. Drei Drohnen haben wir schon. Drei Drohnen down. Drei Drohnen down. Drei Drohnen down. Digga, wird das ganz schnell sagen, du bist verloren, ey. Drei Drohnen down. Drei Drohnen down. So. So kann ich hier nochmal eben zu machen. Okay, Partypieper. Ich bin recht davor, Diko. Ja, ich bin da. Komm schon, Baby, lass mich nicht im Stich. Schon wieder? Ja, schon wieder? Alter, sehr assi. Lol. Warte, hier höre ich gerade nichts. An der Tür ist schon was. Oh, hier ist schon einer, ja. Dann springe ich raus. Digga, geh doch durch! Digga, was? Ey. Wie kannst du so schlecht sein? Man schlägt da zweimal gegen, das dritte Mal dachte ich kann man durchlaufen. Ich drücke die ganze Zeit Leertaste, nichts passiert. Seit wann geht das denn nicht mehr? Ich schreibe nicht. Ja, das hat aber nicht funktioniert. Nur noch ein Gegner im Brich. Wie ich rumgeschrien habe. Also ich habe auf jeden Fall nur einmal gegengeschlagen und unser Typ hat davor auch schon gegengeschlagen. Ich bin davon ausgegangen, dass er dagegen geschlagen hat. Aha, also hast du nichts dabei gegengeschlagen. Nein, nein. Aber ich habe den Typ doch gehört. Ah, okay. Der ist schon die zweite Runde, der ich keinen Schwanz sehe. Ah! Ja, jetzt kannst du einen Kill machen. Yo, yo, wo ist Sunrise? Wo ist das? Sunrise, Sunrise, Sunrise. Nein! Fick dich! Behind the bar, behind the bar. Guck mal, da hast du doch deine Chance. Ich habe nicht mal einen Treffer gelandet. Das ist schwach. Nice. Digga. Digga, sie machen hier alle C4-Kills, Alter. Aber ich bekomme nicht mal einen, Alter. Geil, ey. Ich habe wieder einen Kill gemacht. Für mich ist alles in Ordnung. Ich habe rumgeschrieben wie ein kleines Mädchen. Alles in Ordnung. Okay. 0-1-0. Ich habe nicht mal einen Support bekommen dafür die Ram gerade, Alter. Nicht mal angehittet. Ich dachte, ich hätte sie erwischt, muss ich sagen. Aber nicht so krass auf die leichte Schulter nehmen. Ich kann nämlich auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Ja, wir müssen dann gleich attacken, ne? Ja. Das könnte schwieriger werden. Leider ist jetzt meine Assam wieder weg. Dann versuchen wir mal ein Roaming mit Scopos. Mal gucken, ob wir es sehen. Hat ja gerade gut funktioniert, ne? Mit Scopos bin ich gerade wenigstens gestorben. Hast du nicht gerade Scopos gehabt? Ne. Ah, Rooney hatte ich doch. Wir drohen noch ein Kautersbeutel. Ach so, das stimmt ja. Scopos bei der erste Runde. Da habe ich einfach nur keine Chance gesehen. Genau wie Deko in der Dusche. So, wo werden sie dann angreifen? Ja. Und ja. Ich würde sagen, ich gehe mal. Was rum? Ist der dritte C4 kill? Auf Elektro. Ich kann nicht sehen. Ich kann nur einmal ein Kautersbeutel. Das ist ein Schätzchen. Das ist ein Schicksar. Nachmittag. Nie. Er ist ein Schatz. Wer im Lestetags. Ein Gart. Ich kann nur noch nicht. Ich kann nur noch nicht. Digga, f*** dich! Möchtest du den Injured? Ja, ich hab einen Kill! Nee, doch. Nice, go. Ja, Korn. Ja, aber ich hab den Injured, deswegen zählt das mein Kill. Digga, wie wir die wegrotzen! Digga, ohne Gegenwehr! Wo sind die? Ha! Nice, Diko. Wo? Oben, auf dem Dach? Bin draußen, Diko. Vielleicht oben Schauer? Komm, Main, hier, komm, Main! Wenn er runterspringt. Ah, sehr schön! Triple Kill! 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 Digga, guck mal, die Verteilung! All three kill. Nice, see you guys. Guys, guys, you all have pretty kill. Yes, nice, Ega! Okay, stop the egg now. Yes! Okay. Okay. Guys, guys, let's all rush, let's all rush. Let's all rush, nein! Richtig wechseln, jetzt ey. Ähm, hmmm, let's play safe. Irgendwas mit C4. Äh, mit, mit... You ain't gonna be safe, wenn I find you. Play more. Play more Osa vielleicht? Luris, Gridlock. I take Gridlock. Jackal, ich nehme Jackal. Digga, ich hab Angst, dass wir jetzt Team... Teamkill machen, Digga. Nein! Also, ich hab jetzt richtig Angst. Nein! Weil jetzt könnte es anfangen, dass wir YOLO spielen. Aber ey, wie wir dominieren, ist krank, Alter. Und jeder... Das hat mir schon lange nicht mehr... Drei Kills jeder... Ich hab' ich glaub' ich noch nie... Jeder macht... Also, das ist... Das ist crazy, Digga. Das ist komplett crazy. Ja, am Ende verlieren wir 3 zu 5. Ich sag's dir. Da waren die ersten drei Runden ziemlich cool. Sehr cool. Äh... Hm... Nee, ich glaub' ich stelle mal eine Drohne... Wollen wir zusammenarbeiten? Ich mit... Ich mit Luris? Komm, wir arbeiten zusammen. Ich mit Luris. Ich will in der IP rein. Oder Zero? Dann spiele ich Zero, Digga. Waaah! Dann cool, ne? Oh, 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 oh. Wir sind im Penthouse. Penthouse? In dem Penthouse? Dein Ernst? Ja. Okay, scheiße. Ah. Und die haben aber die große Frontwand hier nicht wie den Forst. Am Balcony. Okay. Dann ein bisschen reinfeuern. Jetzt haben sie es wie den Forst! Scheiße, Leckeier, Alter. Leckeier. Da muss ich irgendwo anders reinkommen. Da wird gebreached. Ich mache mit der Pumpgun hier schon mal die Hedge auf, damit das einfach offen ist. Wo war das? Ist denn? Mhm, mhm. Wo kann ich dir helfen? Wo ist der Deko? Ich will hier jetzt runterjumpen. Ich habe jetzt gerade Aqua gedronet. Da ist nix. Nimm mal White Drone und dann jump ich runter. Auch nix. Okay, Dumpig. Ich habe mir was gehört. Ich auch nochmal kurz. Zwittert! Ja, sie wusste uns klar. Kannst du mir Calls geben? Warte mal. Ein paar Dinger hier. Wo ist der Kite? Aber das ich beim Drone nicht gesehen habe. Wo ist der Kite? Valkyrie in Blue Aqua. Ich hab ja. Warte, warte. Einmal Bescheid geben. Wo? Ob man auf... A ist jemand? A ist jemand? Frage. Ist A jemand? Ich habe da eine Zero Cam. Du hast keine Situation auf A. Auf B hast du drei Stück. Ich höre was auf A, ich höre was auf A. Ich habe dir eine Cam hingelegt, Deko. Wo? In den Hohen, in den Hohen. Im Gang glaube ich. Ja, deine Zero-Cams sind so rollig. Im Gang, im Gang. Valkyrie in den Hohen. Valkyrie in den Hohen. Valkyrie in den Hohen. Wer geht in die Eider? Ey, 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 ey. Der letzte auch. Ja, Alter! Bester Pro Bosser, Digger. 4-0. Ich hätte die Valkyrie, das war schlecht von mir auf jeden Fall. Hätte ich gut haben können. GG Guys, GG Guys. Nice round. GG Guys. Guck mal, die wollen sogar noch weiter zocken. Yeah, bleh, bleh, bleh. Keep playing as a game, guys. Ah, wir haben leider keine Zeit mehr. Egal, wir werden's. Ich gebe hier auch. Wer hat hier? Xeno. Ja. Ja. Und Amo. Der hat mir was gegeben. Den hat mir auch was gegeben. Der kriegt auch noch mal was. Der hat mich fertig gemacht. 24 Punkte! Das war doch fett, Digger. Das war richtig fett. Yeah. Ja, und jetzt müssen wir doch ein Pack Opening machen, wa? Auf jeden Fall, Digger. So kommen wir nicht raus aus der Nummer. Genau. Hatte man nicht früher nochmal irgendwo auch Gegner belobigen? So als Fair Play oder irgendwie sowas? League of Legends. War das echt in League of Legends? Ja. Glaub schon. Also. Glaub ich so auch. 19 Packs. Ich mache eiskalt. 9 Stück auf, Digger. Wie viele Packs hast du? Wie viele machst du auf? Ich habe gerade das erste aufgemacht. Jetzt kommen noch 8. Das erste war grün. Also ein Leggy will ich schon gerne haben. Zweite ist auch grün. Wird also richtig beschissen. Ahhhh. Leggy und? Leggy? Digga, wie kann man denn so eine Scheiße ziehen, Digger? Droft. Weiter geht's. Oh, wieder Leggy? Kenn ich nicht, sehe ich nicht. Digga, wie soll ich so... Ich habe nur 3 Packs, Junge. Wie soll ich da ankommen? Waren zwei episch. Das tut mir leid. Hast du eiskalt Leggy mit Epic vertauscht? Ja, Digga. Komisch. Digga, der sieht cool aus. Montagne Ritterhelm. Hallo. Weiter geht's. Blau. Blau zählt nicht. Vier Stücke habe ich noch. 3, 2, 1. Grün, Digga. Vollkommen beschissen. Drei. Grün. Mega beschissen. Zwei. Leggy, 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 Leggy. Epic. Hau, äh... 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 Digga, Leder? Digga, Leder zieht man auch 4 Milliarden mal, ne? Eins habe ich noch. Let's go. Und Blau. Digga, ich darf nicht mit dem Blauen beenden, Digga, es geht nicht. Weiter. Digga, ich habe nur 3 Packs überhaupt, Digga. Digga, schon wieder Blau. Warte mal. Wenn es jetzt Grün ist, dann höre ich auf. Wenn es Blau ist, dann mache ich weiter. Okay, Grün, ich muss aufhören, Digga. Okay, du bist dran. Äh, soll ich... Ach, Brau-Packs aufmachen oder was? Ich habe noch 3 Alphapacks, ne? Ja, scheiße. Abo-Packs. Das erste ist Grün. Ich habe noch 3. Ja, du hast Pech gehabt. Wow. Wow. Grün. Wow. Blau. Komm, und jetzt... Nach Blau, Grün, dann Blau, jetzt Epic und Jäger Black Eyes. Es ist wieder Blau. Es ist wieder Blau. Das ist ein hässlicher Skin. Ich kann mir 25 kaufen. Alter. Ja, dann kauf dir. Los. Ich wollte auf 50 sparen. Nein. Scheiß drauf. Es fehlen noch 60.000 Punkte. Ja, nur noch. Okay, Muchachos. Mabel hat mich reingebeitet. Ja. Es ist grün, Junge. Die wechselt Geld hier aus, Alter. Meine hart erfahrten Renowns, ey. Noch ein grüner. Ja, komm, Digga. Ja, komm. Da habe ich sogar doppelt. Episch. Episch. Komm, jetzt. Jäger. Wenn jetzt Jäger Black Eyes kommt, hat es sich gelohnt. 3, 2, 1. Guck. Nein. Es ist Kaifador. Der Toten-Defskind für Kapitao. Haben wir schon. Jetzt geht's guter zurück. Grün. Und nochmal grün. Ich hatte auch irgendwann mal mehr Glück mit den Packs, ne? Ja. Blau. Ey, bis du was anderes bekommst, ja? Kein Blau und kein Grün. Damit darfst du nicht beenden. Grün. Das sind richtige Jäger-Uniform. Komm. Auch doppelt. Nochmal grün. Ey. Come on, Umisoft, Alter. Könnte ich mal irgendwie so Creatoren so einen Bonus auf Seltenheit geben? Schon wieder grün. Nochmal grün. Ich fall gleich vom Glauben ab hier. Episch. Komm, jetzt. Ah. Ja. Jäger. Black-Eyes. Fuß. Cut. Nein. Aber es ist ein ziemlich geiler so ein Japan-Warrior-Headgear für Echo. Ah, den kenn ich. Immerhin. Ich equip ihn. Jetzt bin ich bei 14. Ich mach nochmal vier Stück auf. Episch. Nochmal. Komm, jetzt. Komm, jetzt. Jäger. Cut. Ein. Nein. Das ist der Amerika-Flaggen-Skin für die G36. Geht besser, ja. Grün. Und blau. Auch nur kacke. Sherlock Holmes-Helm für Glatzer. Episch. Komm, das letzte Pack. Boah, komm. Komm, jetzt. Jäger. Fuß. Cut. Nein. Eine Polizei-Uniform für Maestro, die ich auch schon habe. Aber. Mit dem eben schon aufgehört. Das waren jetzt 18 Packs bei mir. Alter, du hast ja richtig reingebrettet. Ich hab viel, viel mehr reingebrettet, als ich wollte eigentlich, ja. Wie im Casino, ne? Wie im Casino. Ey, ich werde einfach. Ich werde einfach. Ich seh's schon kommen, Alter. Yard 12, Rainbow Six Siege. Ich hab immer noch kein Jäger-Black-Eyes, ey. Also. Alpha-Pack-Opening war komplett der Shit. Dafür war die Runde richtig geil, Digga. Das haben wir richtig schmuf durchrasiert, Digga. Die Gegner dachten sich auch. Wo bin ich denn hier gelandet, Digga? Was für eine ESL-League, ey. Also. Rasur, ihm war da. Coastline war auch wieder eine geile Map. Fachmännisch zerlegt. Das ist dann der Muchachos reingehauen. Bye, bye, bye. Bye, bye. Küsschen.